es geht es ist wieder Zeit für ein bisschen war von der Action und diesmal sparen wir direkt in der F4U kann man direkt den Premium Boost ausnutzen, auskosten, wie wir in den letzten zwei Folgen nicht so gut vielleicht wird es diesmal besser denn alles hat ja eine dritte Chance verdient ja wir befinden uns hier in einer Vulkanschlucht überall brodeln die Vulkaner wir haben halt nichts besseres zu tun als hier gerade Krieg zu führen Vulkanschlucht irgendwo in Netsku, also Poe, Netshou, Bascholtnachuy, Gorkoprku, ja ich kann es nicht lesen PBY, hello ich rufe keiner zu mir ja die MiG-3 und die A36 haben dieselben Gedanken gefällt mir, gefällt mir und die PBY schießt schon auf die wenn die MiG-3 treffen würde sagen alles was wir haben laden nach den Assist den lasse ich gelten, der war okay mal schauen ob wir wieder eine Giga-Rasur von so vielen Kills haben wie in der letzten Folge momentan schaut es okay aus 1 Assist, 0 Tode Match gerade angefangen MiG-3, ich bin in deiner Nähe, was was sein sollte was sind alle TBF ist der nächstgelegene Gegner, was ist eine TBF irgendwas Bomberartiges ich bin aber nicht mehr so nah Spitfire, SB2C auf die C202 kommen sehr schnell näher genau wie die Jack7 Frontalkuss auf mich ein Giga-Kanon kann es nicht ausweichen, Bro da nix dergleichen können die Haupwitze kaputt machen Wir machen eine scharfe Drehung, versuchen unseren Kollegen hier zu helfen, Alturti BF und Spitfire. Zwei Bomber und eine sehr brechige Spuckfeuer. Spitfire glaube ich. Vielleicht zu schnell. Es ist, okay. Oi, ich hab da was verloren. Äh, kann ich noch landen, kann ich noch landen? Äh, bläht. Äh, aber die F4U hat aber gute Dienste geleistet. Und wir kennen jetzt trotzdem die Kia 61, die schon seit Wochen am Performen ist. Nicht wundern, wie sehr wahnsinnige Zeichen liegen an der, äh, BRK, nicht an der Textur selbst. Ich muss noch raus, wenn das funktionieren tut. Okay, der ist, der ist raus. Z. Z. 13 Bro-Nziele zerstört. Ganz echt gecarried, der, der Bro. Das sind aber noch voll wenige. Check one. Schon ein Noob, wenn man brennt, ne? Und tot ist. Pfff. Nice. Es ist, ist mir recht. Dafür, dass ich den Kill ziehen wollte. Reloading. Recaine. In der vergangenen Zeit einige Schwierigkeiten. Du hast mich outmaneuvered, outspeeded, eventuell outgunned. Ich hab' den Kaliber. Soll das besser werden. P400 ist bei mir. Bf 109E. Weg. 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 Bowdentropen. Rater. Das ist ein F für dich. Ja. Gehen wir auf die erst mal. Mit Hurricane geht die Seatliner erst mal. Komm, Bro. P400. Hehehe. Gut, gut, gut. Mein Wingman. Erikan wird schon von meinem T-Mate da angeballert. Was ist mit der los? Er ist schon der letzte Zoom. Auch gut. Machen wir jetzt den Cockpit-Modus fertig. Komm, let's go. He's down. Miese Brise. Aber Leg3, Leg3, Leg3. Leg3. Weiter so. Dann kann es jetzt nicht jemand mehr nehmen. Naja. Nicht gut. Da habe ich den Überblick von draußen verloren. Es ist, ist mir recht. Okay, gut, 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 gut. Ich lebe noch. Hefte Mensch. Easy. Ein bisschen Öl. Ein bisschen Öl legt. Man weiß, wo ich bin. Schafft ihr, ne? Äh. Ja. Schafft ihr. Hehehe. Sieht ganz okay aus. Bin zufrieden. Da kommt mir grad ne gewaltige rote Welle an. I-16. Toad. Fissbereit. Woah. Das war's. Na, Borsche ist noch ausgenockt. Hihihi. Alright. Ich würde sagen, ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wir öffnen euch noch die Truhe. Kommentar hinterlassen. Wär auch ganz cool. Krise. Oh. Gut. Wär auch Gutscheine. Boah. Nice. Ja. Äh. Abo wär auch ganz gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Wow. W-w-w. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020